ähm, so, was wollen wir noch gucken, Trainer bitte, wir können allgemein mal liegen gucken, äh, liegen gucken Bayern ist aktuell auf der Eintracht, aber knappes Ding, ne Dortmund, Leipzig, aber auch Eintracht noch dran Leverkusen noch vier Punkte dran, holy shit enge Kiste, Hannover, Holzbein, Kiel und Kaiserslautern und Köln, alle nicht gut dabei ja, dann musste es eigentlich Milan weil ich glaube, im 22er haben wir nur Milan gespielt ne, ist ne Lüge 22 haben wir Bayreuth, Milan, Tesaluniki und Sociedad war alles 22 ich dachte, im 22er weniger ähm, Bayern Francesco Mauri bei Dortmund ist es Terzic, okay, da ist also Dortmund und Kroatien Trainer Antonio Castano ist bei Leverkusen interesting Gladbach hat Diego Leal weiß nicht, ob du Spanier hast, wahrscheinlich nicht Thomas Tuchel bei Stuttgart Inzaghi aber Simone Inzaghi ähm ist das sein Bruder? Philippo, Pipo Inzaghi ist ja der der Inzaghi ähm, bei Köln ähm oder Zweiter Marco Weishaupt ist der Bruder, okay Stefan Effenberg der war glaube ich bei uns in der Schweizer Liga äh, in der Schweizer Liga zwischenzeitlich Effenberg das ist bei Karlsruhe ich glaube, der war in der Schweizer Liga Philippe Coutinho ist Trainer bei Augsburg ich glaube es auch Diggi ich glaube es auch jetzt wird es langsam wild und Felix magert bei Elbersberg jawohl Coutinho bei Augsburg und magert bei Elbersberg Pep Guardiola ist eisern bei City Arteta war auch bei Arsenal Marco Rose zum Man United Klopp immer noch bei Liverpool Xabi Alonso immer noch bei Essen der ist auch schon lang bei Essen jetzt Alan Shearer bei Sonderländer Teddy Sheringham Bristol Safe haben die das ganz safe Steve McMahon oh oh bei Everton Guck mal kurz angucken Coutinho finde ich ja fast am wildesten Lisa Razou bei Wolverham Wanderers Vicente Lisa Razou Marcelo Bordone bei Stoke ei 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 also die zweiten Ligen sind ja gefühlt noch wilder Lisa Razou Bordone Magert und wer war noch äh Coutinho Benni laut bei Redding ach du scheiße ach du kacke Unai Emery zu Lille Tedesco zu Stade Rennes Adi Hütter bei Saint-Étienne also so wie die alle zwei äh Claude Makelelet bei Le Havre eigentlich muss man die zweite Liga gleich mal durchgucken ne nur weil die anderen nicht so wild waren pass auf Weltmann bei Metz wo sind denn eigentlich die Autokursos oh Christian Gorküff ich dachte schon Jean Gorküff Michael Sternkopf okay wer bist du Thorsten Legert bei Paris FC Thorsten Legert ich glaube der dachte PSG klopft an als der angenommen hat ich glaube der hat sich verlesen Thorsten Legert bei Paris FC Fabio Grosso bei Pau FC Thorsten Legert und Fabio Grosso in einer Liga ei 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 ist das wild Rudi Völler immer noch bei Juve auch auch Wild Maldini bei Inter als ob Pipo bei Inter nicht eigentlich schon wild genug ist Maldini bei Inter ist ja anders wild wer ist denn Sold Löw hat Jogi einen Bruder okay einfach nur weil die zweiten liegen wild waren Luca Luca Toni nee der ist sogar bei Bari oder ist der nicht wirklich bei Bari Luca Toni oder ist der Co-Trainer oder so irgendwas war doch da ne ich mein das könnte ja wirklich also könnte auch tatsächlich noch sein ich mein da war mal was francesco ist Alberto gelardino bei vitese okay pass auf spaniel Barca immer noch Xavi Ivan Juric Oliver Neville bei Sevilla Nagelsmann immer noch bei Real Nagelsmann war ja bei Valencia glaube ich dann waren sie irgendwie schlecht dargestellt und plötzlich war dabei Real Madrid und war zweiter oder so okay 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 da jetzt ist noch in Grenzen der spanischen Liga Nagelsmann wie gesagt war ja schon tatsächlich schon mal gesehen Mario Basler auf Malle Mario Basler ist Trainer auf Malle jawohl Andi Brehme Granada was ist denn da los John Barnes Antonio Geladino jetzt weiß ich nicht welcher Geladino der richtige Geladino ist wahrscheinlich auf dem Trikot ganz fett drauf und schauen wir nochmal in Österreich Rapid aber Österreich weiß ich wieder nicht wer Original Trainer wäre Wellington ist es nicht Wellington wo war der der war irgendwo in England eigentlich Stojkovic Ebert Berger Ebert Berger beim WAC right now it's killing time Lukas Galvao da Costa Sousa ok ok ist klar so sind wir bereit St. Gallen mal kurz die Levitin zu lesen 1 2 3 Leute über 80 wieder formen sind eigentlich gut wir probieren es nochmal mit Klukas St. Gallen auf der 4 als Aufsteiger glaube ich ja sind Aufsteiger Respekt an der Stelle come on wo ist Klukas wo ist Klukas wo ist er na komm mach ihn macht er ihn mach ihn er macht ihn nicht oder Aufsteiger ist nächstes Spiel gelb gesperrt 1 0 von Moos Tor von von Moos so funny wo ist denn Rupil ist er verletzt I guess come on Leute ja wir haben noch Vorsprung aber wir müssen jetzt nicht alles vergeigen an Vorsprung müssen jetzt nicht alles wegwerfen Ausgleich Sam Klukas ohne Moos nichts los auch mit Moos nichts los wenn das so weiter geht wir bringen Junior Se Lumina auf rechts klassischer Move links antäuschen rechts vorbeigehen come on wo ist er wo ist er ok komm Toggi Haji Gesundheit last minute last minute Togenburger trust me er ist einfach Joker der macht's einfach der macht's einfach Junior See ist auch ok ist auch ok auch ok ich hab ich hab ne doofe frei es gibt ja hier schön den Mauern Button ja ich benutze den sehr 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 selten hat jemand mal auf diesen Knopf gedrückt und nicht ein Gegentor kassiert ich schwöre wenn teilweise wenn ich gegen gute Mannschaft spiele ich schieße irgendwas Führungstor denke mir ok hinten dicht es dauert keine zwei Minuten zack Gegentor immer ausnahmslos ich glaube ich hab wirklich noch nie dann kein Tor kassiert also noch nie nicht hab die nie nicht verwendet ja besser ist besser ist trust me ich hab den auch ganz selten aber die zweimal die ich verwende in zehn Jahren kassiere ich dann auch noch ein Gegentor immer ausnahmslos ich könnte mal gucken ob er zum neuen Jahr manchmal in dir Meinungen zu verträgen und so nee 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 ok dann versuche das nächste Jahr nochmal so wieder richtungsweisendes spiel gegen ser fette ähm wir nehmen hg mit gesundheit hat eigentlich schon hat jetzt jemand irgendwo eine hupe gehört wo ist denn der autocorso als ob die jetzt erst um halb eins los fahren oder so vielleicht ist unangenehm nach dem spiel und es hupt ich soll einfach mal die Schnauze halten ich soll einfach mal die Schnauze halten das kannst du dir nicht ausdenken das ist absolut bodenlos nee das nee das ist frech das ist wirklich frech alter nee 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 wir gehen rein gegen Servet ja hab ich anscheinend hab ich das ja super na gut dann spielt dann Maia jetzt wieder aber Pferdekuss ist nur ein Tag ne glaube ich also verbotenlos wenn das mehr wäre come on Reksei aber jetzt nicht direkt Gegentor kassieren ne als ich das ausgesprochen habe habe ich es bereut bin ich ehrlich bin ich ehrlich aber anscheinend sind wir woanders langgefahren das war nur zwei drei entfernte hupen bisher noch war nichts vor vom fenster gleich wahrscheinlich weil ich es jetzt wieder gesagt habe ich habe es wieder gejinxt Lumina aber es ist also irgendwie hat jemand schon mal 433 gespielt im 24er hat noch jemand probleme irgendwie stürmer in szene zu setzen in dem 433 ist das problem oder weil scheinbar habe ich damit so ein aktives problem vielleicht stellen wir da mit dem 10er irgendwann mal um mal gucken jetzt nicht wegwerfen leute nicht wegwerfen nicht wegwerfen no 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 deckel drauf machen wir cool wo ist der gute alte deckel oh gelb für mahmoud yes 4213 auch mit auch mit winger also mit mit zwei zms eine om wahrscheinlich sowas in der richtung hatte ich überlegt ich meine ich hatte überlegt ob ich dmz im om spiele aber okay das sollte es jetzt gewesen sein aber gerade mit dem om dm ist sowieso ein bisschen problemposition da finden wir sowieso keinen der sich so wirklich durchsetzt und ein hs sogar also eigentlich gefühlt ja fast ein 424 13 punkte vorsprung i'm just saying ja vielleicht vielleicht stehe ich auch auf also aber damit mit om mit om anstatt um hs und packte einfach den 10er auf om würde mir natürlich ein bisschen umstellung sparen also in sachen der anderen spieler und so aber ich weiß nicht ob das dem stürmer hilft ja mokok das hatte ich vorhin schon ich hab's im ersten spiel heute gesagt oder als wir die zusammenfassung vom schweißspiel gesagt haben geguckt hatten mbolo weil der ja bei schalke zum beispiel gar nichts gerissen hatte damals dass der so ein bisschen weiß ich nicht bei dem kommt es immer ein bisschen auf die umgebung an manchmal verkackt er und manchmal geht er gut steil aber irgendwie kommt es ein bisschen aufs team an so ein bisschen wie mokoko im fm weil der auch bei mir gar nicht gegriffen hatte und das ja schon des öfteren tatsächlich das ist ja bei mokoko jetzt nicht das erste mal dass ich den irgendwie geholt hatte und der dann nicht abgegangen ist am besten hab ich ihn dann verkauft und am äh nächste saison hat er dann noch einen talentstand dazu bekommen oder so und irgendwie also irgendwie scheint das da recht ähnlich zu sein mit dem bolo und und mokoko im fm i've put my trust ich meine obwohl der der scheinbar fast die ganze saison verletzt war so wie ich das gehört habe äh spielt das bei der m eigentlich echt gut ne aber wie gesagt bei schalke zum beispiel da ging ja gar nix ne da war ja eine katastrophe eigentlich echt ein guter transfer gewesen ne so vom potenzial her aber das stammspiel da wird halt schwierig den walturan ne da musst du ein bisschen musst du ein bisschen draufkloppen also das ist machbar ne aber an maslarov vorbeizukommen macht mut sowieso schwer der ist ein neuner ne und neunzehn aber maslarov ja wenn dann halt wenn maslarov wirklich geht im ZM mach ich mir gar nicht so viel Sorgen ne selbst wenn maslarov geht haben wir noch rupil den walturan okay jose marquez ist der der dem ein bisschen Sorgen macht lumina scheint zu bleiben der marquez und mayer halt beide außen wobei auch mayer nicht so das problem ist wenn dann jetzt wirklich ein LV nachkommt Narey macht sich ganz gut der hier ist mein Sorgenkind eigentlich wenn er geht weil wir aber auch keinen haben der nachkommt an Rechtsverteidiger weder in der Jugend aktuell noch bei uns wir könnten mal eben die Schweizer Jugend durchgucken weil wir die ja nebenher scouten ob da irgendwer mit bei ist da schreit ja wieder keiner wenn der irgendeinen Zehner entdeckt oder so sagt ja keiner was Team Jugend Sechser Boah ein 8er aber das ist halt ein Torwart 8er Torwart bin ich jetzt nicht so interessiert wir haben unseren 9er den zu klauen bin ich jetzt nicht so interessiert bin ich ehrlich LA 7er den haben wir schon mal gesehen glaube ich ne aber da haben wir halt Lumina ne der hat es auch verlängert ist fein Lumina hält ja theoretisch ein bisschen ist ja keiner für den wir schnell Ersatz bräuchten Ah ich hörte schon wieder das Konzert Alter einfach die Schnauze verpisst euch meine Güte Nö 1 2 1 2 potenziell solide dabei aber keiner den ich den jetzt klauen wollen würde sind Nachholspiele die nicht Dienst obwohl ne das sind Samstagsspiele die werden dann 3 Tage später nachgeholt wahrscheinlich Dienstag sind die sonst weil sonst ja Samstag spielen hier spielen wir sonntags bleibt aber dann gleich weil ja dann das andere Spiel auch weiter hinten ist so jetzt haben wir Winterow, Luzern, Aarau alles machbar ne wenn wir jetzt bis zu Youngboys gewinnen dann könnte bis dahin die Liga fast durch sein ne also wenn wir jetzt eine Siegeserie hinlegen würden bis inklusive Youngboys könnten wir die Meisterschaft fast in der Tasche haben bin ich ehrlich und das gefühlt inklusive Super League die wir eigentlich meistens hart verkacken aber da können wir wirklich mit so viel Vorsprung in die Super League reingehen ähm dass das Ding eigentlich schon dass der Drops eigentlich schon vorher gelutscht ist fehle, fehle ähm wir nehmen Rupil auf jeden Fall mit naja Amanda Henschuss hat jetzt Amanda verdrängt ne tatsächlich auch irgendwie crazy na gut das ist ein Jahr jünger also why not why not haben wir geholt für 625.000 guter Gett würde ich sagen und das letztes Jahr am Ende war der Toller der hat 4 Millionen der 5,25 das war einer der der Transfers die wir aufgrund von Uwe Draogo getätigt hatten also wie so viele war ja auch Keller äh kann sein dass Keller da dabei war Fujimoto nicht Marquez war dabei Maslarov war dabei Lumina war dabei Mukoko war damals dabei Juniore See das waren also Spiele die wir nach Uwe Draogo geholt hatten Game für Toggenburger ok ok Game für Rek'Sai was macht die Offensive da so die haben keinen Bock oder wie komm mal Leute komm mal 1-0 vor der Halbzeit jawoll Maslarov Vorlage Mach Mude Geld für Hinschuss alles klar der will der Offensive nicht den ganzen Spaß gönnen der möchte auch mal ähm wir bringen am Ende aber für Hinschuss äh für für Fujimoto wir bringen Klukes der macht jetzt nämlich ein Tor heute so Klukes macht heute ein Tor Geld Potential das kann sich doch keiner ausdenken oder ich hab gelb rote Hinschuss noch nicht mal vorgelesen hat Rek'Sai auch die gelb rote kassiert komm auf Dula hol dir doch auch nur eine zweite komm gönn dir gönn dir Bruder Gang Gang das heißt wir das gewonnen haben ist ja schon bodenlos ja genau 16% du für Maslarov Schiebung Schiebung ist das Neue Jugendspiel entdeckt Leo Grümmer ja ne never mind hat sich nicht mal gelohnt den Namen vorzulesen so dann ist das wieder ein Spiel in dem naja sich die Mannschaft gefühlt von alleine aufstellt weil ja die meisten halt einfach nur gesperrt sind lol 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 fight 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 macht die gerade zu Fuß Autokorso ich weiß bitte draußen welche langlaufen die hier die hier nur jubeln und quasi zu Fuß Autokorso machen auch behindert ne ich glaube das mit Haji und Klukes löst sich auch nicht mehr ne so die Frage wer dann geht Haji oder Klukes Haji ist halt schon was älter ne aber Klukes greift halt auch nicht so recht weshalb ich halt nicht so recht weiß ob ich wirklich hab ich einfach nur loswerden will weil er sowieso alt ist oder wir haben aber auch nie Freunde ne ist auch ein bisschen bodenlos Marquez ist aber auch alt Käpt'n ne Maslarov hier fehlt es ein bisschen was in der Team-Hierarchie naja mal gucken ähm ja wir gehen wieder so rein wir starten Klukes Klukes macht ein Tor heute und wir starten See Junior See und nicht Haji Gesundheit Luzern komm mal Leute der Trainer ist doch neu McKay ich glaub der ist neu der war grad noch nicht als wir durchgeguckt hatten wo ist Klukas wo ist er wo ist er such such das Tor oh Gott schon wieder gelb schon wieder gelb oh nein oh nein oh nein vor der Halbzeit noch nö nehm ich ihn gleich runter ja ich hab kein Bock jetzt schon wieder auf ne gelbe Rote ich nehm ihn gleich runter Dünnwalt Turan come on come on Klukas schafft in der Startelf kein Tor zu schießen wenn dann wenn dann wenn ich in der Halbzeit einwechsel vielleicht ab und zu ne ich werd keinen Stürmer mehr finden der gut Tode schießt hier Fujimoto macht das Tor Bruder das Innenverteidiger aha wer ist es ach was ne nicht der Klukas na dann darf er Pause machen dafür hat er sich verdient lol darf der Toggy nochmal von der Bank zuschlagen nicht herschenken bitte nicht herschenken please thank you okay die Young Boys lassen nicht nach die lassen nicht nach ich dachte vielleicht lassen sie zwischendurch mal schon liegen wie gesagt unser Spiel natürlich gegen die Young Boys könnte Ausschlag geben werden aber ich hatte gehofft dass sie vielleicht vorher schon mal ein äh zwei Pünktchen liegen lassen aber bisher lassen die nicht locker ja gibt grundsätzlich immer Verstärkung überall immer immer Neue Jungspiele entdeckt Julan Kirsch Krisch verpiss dich 11 Tage Lemina das ist schade jetzt muss Junior Reset doch wieder ran also gut das ist nicht schlimm Junior Reset ist ja ein guter aber und ich kann gleich mal gucken ob Jubinski mittlerweile verlängern wollen würde oder immer noch nicht weil wenn er immer noch nicht verlängert dann ist langsam da hätten wir vielleicht im Winter verkaufen sollen hätte ich vielleicht im Januar schon mal gucken sollen naja jetzt ist zu spät Enrico Bifi okay der heißt einfach Bifi lol I was like come my way so in der A gibt es ja bestimmt auch ein paar neue ja 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 aber keine unpassenden Mentoren deshalb hat es mich gleich in die B geschickt weil wir in der A keine Mentoren mehr haben ich weiß nicht ob die schon wieder einen Spieler hochgeholt haben das kann auch gut sein was sind die zweite ich glaube einer hatte doch noch einen Mentor oder nicht hab ich jetzt gedacht guck mal da haben wir einen da hoch da na na da haben wir einen naja immerhin zwei immerhin zwei haben wir gefunden ja dann kannst du nur nochmal bei Lukas dann versuchen mit dem Gespräch ich hab halt die Befürchtung nachdem Haji ihn unbedingt loswerden will ähm dass sich da von seiner Seite aus auch nichts mehr tun wird ne was ist denn mit Reksai los wieso ist denn der so mad wer ist denn dem über die Leber hier laufen nö er will auch nicht hat im letzten Spiel nicht gespielt ja Digga willst du jetzt jedes Spiel spielen oder was vielleicht ein bisschen ein bisschen viel des Guten war vor allem war der Gelb-Rot gesperrt deswegen hat doch Lumina rechts gespielt Digga das ist ja bodenlos also da zu meckern ist echt bodenlos ne wenn du nicht spielst war der Gelb-Rot gesperrt das ist frisch das ist frisch das merke ich mir das merke ich mir Gelb für Hinschuss oh nein Gelb-Rot für Hinschuss Gelb für Toggenburger ich flipp aus ich flipp Tor-Emini ist das scheiße alter ist das scheiße scheiße ja mach sie schon mit Dreierkette da hinten war Klukes weil ich seh nicht noch eine Gelb-Rote zu kassieren Fujimoto regelt das absolute Maschine hinten drin ne ich kann mal zählen wenn Klukes jetzt vielleicht noch ein 2-0 machen könnte wer oha Gelb-Rot für Adam wir sind wieder 10 gegen 10 come on bei denen ist es auch ein Innenverteidiger Svetkovic den haben wir auch mal irgendwo bin ich da meine Aftulahu Vorlage Klukes auch okay ich meine Svetkovic hat man auch irgendwo oh Gott Gelb-Klukes ich hab keinen Schimmer mehr ich wechsle Klukes nicht aus wegen der Gelben Gelb-Leni-Meyer den könnte ich auswechseln theoretisch aber sehe ich gar nicht ein sehr gut 2-0 Aroch die Young Boys Schussgewinn wieder die lassen nicht locker die lassen nicht locker wirklich nicht dann müssen wir es halt selbst tun ne also jetzt ein Sieg wäre Premiumst und wie lange läuft mein Vertrag wann hatte ich zuletzt meinen Vertrag verlängert müssen wir vielleicht auch gleich mal gucken gucken wir vielleicht sofort mal ähm 32 also noch 2 Jahre 310 Spiele haben wir schon bei Waduz ah und Vertrag Dschubinski wollte ich auch gucken meine Güte Händschutz ist verletzt das ist völlig egal das Gelb-Rot gesperrt so scheißegal wirklich oh ne ich dachte vielleicht er will doch verlängern aber never mind er will mir nur sagen wie sehr er nicht verlängern möchte ach guck mal Dschubinski würde verlängern ich flippe ja aus vielleicht muss man den Ball mal verleihen wa der ist vielleicht ein bisschen teuer für die zweite langsam pfuh 350k tschement 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 aber unterschreibt und wegen der Anc doctors vielleicht auch mal Mach Mut plus 6%. Let's go. Vielleicht gleich machen können. Rahimi. Nee, Werri mit 47. Nein, Rahimi. Okay, will auch nicht. Alles klar, dann ist mir egal. Ansonsten Berisha. Vielleicht nun mal in der zweiten gucken. Berisha Ujard. Okay, würde noch verlängern. Interessant. Auch der könnte ein bisschen teuer werden, bin ich ehrlich. Aber nicht ganz so teuer, wenigstens. Anwar, der Keeper. Möchte gerade nicht. Malanka. Sieht jetzt nicht so crazy aus. Was ist mit dem hier? Halaji. Den würde ich gerne verlängern. Das sieht nach einer Option aus, die vielleicht auch mittellang, irgendwannfristig, vielleicht sogar mal Erste spielen könnte. Vielleicht. Dubinsky fällt aus. Und auch, oh, Adar hat auch einen neuen Trainer. Okay. Joa, machen wir so. Huch. Take a look into my eyes. Christic. Donnelli. Lukas Böhm. Damn. Witz. Huch. Nein, nicht in den gerade. Donato Vöge. Auch ein geiler Name. Donato Vöge. Okay. Das mit dem geilen Namen, den ich drücke, ist doch irgendwie ein merkwürdiger Name. Irgendwie ist er merkwürdig. Dinaz. Gade. Sehr schön. Danke dafür. What you gonna do, when there's blood in the water? Okay. So. Team Dynamik. Für die Frustration kriegen wir jetzt auch nicht mehr raus, ne? Sollen wir anfangen mit der zweiten Garde ab und zu zu spielen? Eigentlich können wir es wahrscheinlich tun, ne? Okay. Jetzt Young Boys noch. Wenn wir Young Boys gewinnen, können wir vielleicht, so keine Ahnung, wenn wir Bottom Six Gegner haben, vielleicht einfach mit der zweiten Garde spielen, ne? Dass auch die anderen ein bisschen Spielpraxis kriegen. Potentially. Vielleicht eine Überlegung wert. Dadurch, dass wir hier keine Dreifachbelastung haben, ist halt mitunter der Karte ein bisschen einseitig belastet, quasi. 8,34. Toughes Ding. Immer. Immer. Großes Spiel. Zack. Verletzung. Zweite Minute. Vierte. Entschuldigung. Verpiss dich, du Fliege. Come on. Was ist Klukas? Wo ist Sam Klukas? Zweite Gelbe für Young Boys. Ich wollte sagen, da haben wir einen Vorteil, zack, lehnen die Mai mit der Gelben. Das ist wirklich, du darfst manche Sachen, darfst du nicht mal denken. Nicht mal denken und schon Instant Karma. Rek'Sai mit dem 1,0. Come on. Vorlage Ilyam Maslarov. Sehr, sehr schön. Wäre 2,0 vor der Halbzeit noch wild gewesen. Holy Crap. Wäre das wild gewesen. Auf Dullahu kommt. Ausgleich Young Boys. Charles Pickle. Okay. Ich dachte jetzt eher Jean-Petro oder so, aber okay. Noch eine Gelbe. Ich kann Leni Maier eigentlich auswechseln, weil der ja schon. Ich hatte noch überlegt, den 2.0 zuzunehmen. Dacht mir, nee. Ich hatte es noch überlegt. Ich hatte es noch überlegt. Ich hatte es noch überlegt. naja, na 1-1 den Umständen ähm, entsprechend nehme ich das mit 13 Punkte Vorsprung, wir haben noch 8, 9, 9, 10, 30, 13, 13, 13, 13, 6 Ligaspiele wir sind fast safe als Erster in der Super League na, es fehlt noch ein bisschen was, ganz klar, aber ähm ich würde es fast mal sagen, es ist unwahrscheinlich dass wir nicht als Erster in die Super League reingehen wie viel Vorsprung wir dann am Ende noch haben steht potenziell auf einem anderen Papier, kommt jetzt ein bisschen drauf an, was jetzt da beim Sportgericht rauskommt, 3 Spiele ist okay, ist okay Emini, neue Fahrrangstufe weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen spät ist, wa? Also was heißt spät, kann ja nichts für, aber gut, da hätte ich verlängern Berischer Schienbeinbruch, ist schade Mach Mutkapsel ist knöchel, ich hoffe dass das nicht langfristig ist ähm 7 Tage, okay, das halten wir aus weil das hätte jetzt mit der Sperre mit Maslarov in Kombination echt ungünstig hätte sein können ich meine, ja, wir haben Dönmaltur dann und auch Rupil I guess wir hätten Jubinski hochholen können als Ersatz ob für die Bank oder so also wir sind ja nicht so schlecht aufgestellt, aber wir wollen ja nicht alle Leistungsträger gleichzeitig abgeben, im besten Fall he never really talks much put it together themselves get a picture of the Knicks das spielt morgen um 18 Uhr weiß das jemand? ich weiß nicht, wer überhaupt morgen spielt, spielt nicht Portugal morgen? Nico Fox Miguel ähm England, uh, Georgian fliegt morgen raus England, Slowakei England könnte aber auch rausfliegen dann bin ich ehrlich England würde mich gar nicht so sehr wundern England würde mich gar nicht so sehr wundern 15% concentrated power of will alles Gute zum Geburtstag, Rek'Sai ich weiß noch nicht, wie alt er wird wobei Rek'Sai nicht so alt ist Rek'Sai und Haji verwechle ich immer ein bisschen Haji ist halt der ältere oder der alte auf rechts außen Rek'Sai ist noch relativ jung gewesen deshalb hatte ich ja immer wieder versucht Rek'Sai ein bisschen reinzubringen was ja mittlerweile eigentlich halbwegs funktioniert der hat auch seinen siebten Stern jetzt oder war es der siebte? ich glaube viele Kleinigkeiten pff, das sieht schon geil aus Nare Nare sollte auch fit sein bis zum nächsten Spiel das ist gut das ist gut fällt nur Maslarov aus in Anführungszeichen ist natürlich schon krass genug weil der halt ich glaube manche äh, stärkemäßig ziemlich mit Abstand der beste Spieler der Liga ist, ne? qualifizierte Teams für die WM Deutschland ist dabei wieso sechs Kontinente? da waren doch gerade vier wie sollen wir das jetzt hier noch hier? hä? spielt Anarktis mit? Europa, Afrika, Asien Nord- und Südamerika und Ozeane never mind am gut lol ähm ist Österreich auch dabei? Österreich hat sich nicht qualifiziert, oder? ne schweiz ist aber dabei aber Österreich ist nicht am Start außerdem ist die für Ozeanien qualifiziert bin ich mir nicht sicher Spanien, Niederlande, Usbekistan und El Salvador geil wer da wohl erste, zweite wird ich weiß es nicht ähm Portugal, Uruguay könnte ähnlich laufen wobei Südkorea eigentlich ein bisschen anders als Usbekistan und El Salvador Chile hat eigentlich eine machbare Gruppe ne Norwegen, Schweizer uh, das ist halbwegs ausgeglichen tatsächlich Belgien, ja 11 Mal Grüße Paraguay, Philippinen, Doktor, Kongo Deutschland sollte weiterkommen mit den USA wahrscheinlich Frankreich, Argentinien, England, Slowenien Hauptsache das ist eine europäische Gruppe wie kann denn das passieren? ähm Brasilien, Mexiko, Türkei, Südafrika ja auch Cap Verde, Japan, Serbien, Schweden naja Hauptsache wir haben Cap Verde und Usbekistan und El Salvador dabei aber Liechtenstein nicht frech oha, Emily Schlichterscheid danke, danke, danke finally jetzt ist die Frage ist auch das Ziel dass er ihn loswerden will weg oder nicht? der hat nicht mal gegen mich getroffen wir kannten das Spiel des Monats sein ja nehm mal Dubinsky ist wieder fit ähm ja sehr, sehr schön endlich ist dieser Streit auch vom Tisch vielleicht erübrigt das dann die Frage ob wir Haji und oder Klukas loswerden vorerst wobei ich auch schon überlegt habe bei der Umstellung auf OM vielleicht irgendwann auf zwei Stürme wieder zu gehen oder so aber na gut jetzt hat Lumina verlängert das ist weiss nicht müssen wir mal gucken würde ein bisschen darauf ankommen wer es potenziell geht wobei da jetzt nicht zwingend ähm außer Marquez Leute gehen die ich nicht ersetzen kann mittlerweile ähm aber ähm ja mal gucken kommt auch ein bisschen darauf an wem wir dann potenziell verpflichten können also ich würde jetzt keinen Lumina verkaufen und auf eine zentrale Formation umstellen ohne vorgeguckt zu haben wem wir vielleicht in der zentrale Formation verpflichten könnten weil wenn wir keinen holen können für das Geld was ich vielleicht für den Lumina oder so bekomme dann werde ich einen Teufel tun den zu verkaufen ok also das andere äh Ziel ist zumindest nicht mehr ein fehlendes Ziel das ist ja schon mal gut glaube ich dann kann ich ja vielleicht doch beide behalten erstmal vielleicht zumindest don't turn your back on me so gegen St. Galle muss man halt dann auf ähm aber da spielen wir dann rechts weil der dann Spielmacher ist oder ja wenn er unbedingt sein will ne wenn jetzt ähm Maslarov sowieso ausfällt dann kriegt er halt jetzt vorerst mal die Position auch und wie lange sehen wir dann aber machen wir nächstes Mal nochmal mit Cut